Das Video soll kurz gehen um Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, wie Diabetes, aber auch eine Schilddrüsenunterfunktion, also Hashimoto, und da gibt es auch noch etliche andere Autoimmunerkrankungen. Und zwar steht hier Arthritis noch, hier gibt es noch einige, die aber eher unbekannt sind, aber dann gibt es auch noch Multiple Sklerosis, Solaki, Morbus Edison, den kann man Nebennieren, und dann Hashimoto und Diabetes Typ 1. Und die Entstehung von Autoimmunerkrankungen, also erstmal ist das halt immunologisch bedingt, dass das eigene Immunsystem gegen den Körper arbeitet, und die Ursache davon ist ein durchlässiger Darm, das nennt sich das Leaky Gut Syndrom, und durch das Leaky Gut Syndrom kommen unerwünschte Stoffe halt in den Blutkreislauf. Und welche Stoffe hier verantwortlich sind, sind tierische Proteine, die werden als Viruse erkannt. Und das ist einfach ein Fakt, warum die jetzt als Viruse erkannt werden, weiß ich nicht, hat sicherlich auch einen Grund. Und deswegen werden dafür vom Immunsystem halt Antikörper gebildet, und die Antikörper finden aber noch andere Proteine im Körper, die ähnlich strukturiert sind, weil man hat ja selber auch tierische Proteine. Man ist ein Tier und besteht aus tierischen Proteine. Und zum Beispiel die Antikörper gegen Milchprotein, also wenn das Milchprotein in den Blutkreislauf kommt und dann Antikörper dagegen gebildet werden, die erkennen zum Beispiel noch 17 andere Proteine, beziehungsweise Aminosäuren in eigenem Körper, unter anderem Insulin produzierende Zellen. Die beinhalten Proteine, die dem Milchprotein sehr ähnlich sind, und dann werden die natürlich auch von diesen Antikörpern angegriffen. Und das ist dann dieses Immunsystem, was diese bildet und sich gegen den Körper richtet, aber eigentlich gar nicht gegen den Körper irgendwie arbeiten will, wegen irgendeinem Grund, sondern es ist quasi Zufall, dass die werden einfach nur hergestellt, um die tierischen Proteine im Blutkreislauf zu bekämpfen, die fälschlicherweise durch den leckenden Darm durchkommen. Und es dauert circa drei bis fünf Jahre, wo man dieses Leaky Gut Syndrom hat, bis dann Typ 1 Diabetes zum Beispiel entsteht. Und die anderen Autoimmunerkrankungen, also Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, also nur die spezielle Form der Schilddrüsenunterfunktion von Hashimoto, Tyroditis, Zöllarchie, Multiple Sklerosis und Morbus Addison, da gibt es auch noch ein paar andere, Arthritis halt, die entstehen letztendlich durch das Leaky Gut Syndrom. Die Lösung wäre eben, auf diese tierischen Proteine zu verzichten. Und der Auslöser für das Leaky Gut Syndrom sind Viruse, Infektionserkrankungen und allgemein auch Schwächungen des Immunsystems durch Stress und sowas, wodurch Viren und sowas halt mehr Chancen haben, diese Sachen zu zerstören. Aber ich informiere mich nochmal genauer über die Ursachen und über die Lösung, also die Lösung, die von McDougal genannt wird. Also das Video, was ich hier mache, das basiert auf einem Video von McDougal, was ich verlinken werde. Da werde ich auch eine kurze Sequenz verlinken, wo das genau erklärt wird, worauf ich mich stütze. Und seine Lösung ist halt seine Starch-Solution, halt eben auf diese tierischen Proteine zu verzichten. Aber ich informiere mich nochmal komplexer, wie, ob es vielleicht noch alternative Wege gibt oder wie man das am besten umsetzt, ob man das von jetzt auf gleich macht. Und wie das ist, wenn man noch andere Komplikationen hat, ob das dann überhaupt sofort so machbar ist oder wie man das halt langsamer machen kann, ob man irgendwie das erst reduziert, die tierischen Produkte und so weiter und dann erstmal warten muss. Auf jeden Fall wollte ich schon mal ein Video machen über die Ursache und wie das alles miteinander zusammenhängt. Vielleicht erkennt sich der eine oder andere da ja wieder in diesen Autoimmunerkrankungen. Das heißt, wiedererkennen, vielleicht hat der eine oder andere die und die Ursache ist laut Dr. McDougal halt immer das Leaky Gut-Syndrom. Vielleicht haben andere auch das Leaky Gut-Syndrom und noch keiner diese Autoimmunerkrankungen. Und die Lösung ist halt letztendlich, auf die tierischen Proteine zu verzichten, weil diese Erkrankungen nur dadurch entstehen. Wenn man halt keine tierischen Proteine zu sich nimmt, brauchen auch keine Antikörper dagegen gebildet werden und dann werden halt auch keine körpereigenen Proteine mehr zerstört. Also das heißt, man kann, wenn man auf tierische Produkte komplett verzichtet, seine Hashimoto, Diabetes Typ 1 und so weiter schlagartig bessern und auf Zeit, da muss ich auch noch recherchieren, wie lange das ca. dauert, auch heilen dadurch. So, ich habe jetzt noch ein Video gefunden und angeschaut zu den Ursachen vom Leaky Gut-Syndrom. Das ist ganz interessant. Also die Ursache ist, dass die Darmbakterien halt geschädigt werden und die werden geschädigt durch geklortes Trinkwasser einmal, durch Phosphorsäure, was zum Beispiel sehr stark in Cola vorhanden ist, durch Kaffee, Tee und diese Stoffe, wo so Gerbsäuren drin sind, durch Lebensmittel, die Herbizid und Pestizid belastet sind, Alkohol, Antibiotika besonders und isolierter Zucker. Also bei Antibiotika ist es halt so, dass alle Darmbakterien absterben und dadurch können feindliche, haben feindliche Organismen eine höhere Chance im Darm zu überleben und diese Organismen, die knabbern halt irgendwann diese Zellwand vom Darm an, wodurch dann der Darm durchlässig wird. Also Antibiotika ist ganz schlimm, aber auch andere inflammatorische Lebensmittel, zum Beispiel auch Weizen darauf sollte man weitestgehend verzichten und eben auf isolierten Zucker, der ist nämlich auch stark entzündungsfördernd und begünstigt dann sowas wie Candida und Candida ist ein Pilz, der sehr viel Schaden im Darm verursacht und das sind halt so die Ursachen dieses modernen Lebens einfach, die auch halt Pilzerkrankungen und Viruserkrankungen begünstigen und dadurch entsteht das Leaky Gut Syndrom. Und das Video werde ich dann auch verlinken. Und am Ende des Videos wird auch eine Lösung vorgeschlagen. Also einmal halt auf Tierprodukte verzichten, habe ich ja schon gesagt, dann können Proteine nicht mehr dadurch, durch den Darm und das andere wäre halt auf, wie gesagt, auf Zucker verzichten, Antibiotika nur im allerletzten Notfall nehmen, auf Alkohol verzichten, auf Kaffee und Tee verzichten, auf Weizen verzichten. Dann repariert sich die Darmwand wieder, weil man halt kein Futter mehr für diesen Candida liefert oder für die anderen Organismen, die dort sich aufgebaut haben und die damit anknabbern. Dann regeneriert sich die Darmwand von alleine und das kann man dann noch unterstützen mit Supplementen. Also wenn man diese Sachen erstmal aus der Ernährung raus hat, kann man zusätzlich Quercetin nehmen und Glutamin wird daran beschrieben. Und wenn man das für ein paar Wochen genommen hat, das wird genau im Video beschrieben, das sollte man sich auf jeden Fall dafür angucken, kann man das dann noch mit Probiotika unterstützen. Das ist so die Lösung dafür. Und natürlich weitestgehend auf tierische Produkte verzichten und der Fettintake, der soll auch unter ca. 50 Gramm am Tag liegen und die gesättigten Fettsäuren halt 0 Gramm bis maximal 15 Gramm. Und gesättigte Fettsäuren sind eigentlich immer Tierfett. Das war's mal wieder. Tschüss.